Die Pfarrkirche La Madeleine gehört zu den bedeutendsten Sehenswürdigkeiten in Paris. Sie steht im 8. Arrondissement ca. 400 Meter nordöstlich der Place de la Concorde und ca. 500 Meter südwestlich der Opera Garnier. Geschichte Unter König Ludwig XV. wurde 1764 an diesem Ort mit dem Bau einer Kirche nach dem Entwurf des Architekten Pierre-Contentivry begonnen. Sie sollte mit ihrer Portikus und einer Kuppel einen monumentalen Blickpunkt aus der Sicht von der nahen, gleichzeitig angelegten Place Louis XV., der heutigen Place de la Concorde bieten, der Bau ging nur schleppend voran. Die Arbeiten wurden im Dezember 1791 aufgrund der Französischen Revolution unterbrochen. Damals standen nur Partien der Außenwände und die Säulen der Portikus an der Südseite. In der Revolutionszeit gab es verschiedene, nicht realisierte Pläne für die Fertigstellung und Nutzung des Gebäudes, unter anderem als Börse, als Handelsgericht oder als Parlamentsgebäude. Am 2. Dezember 1806 beschloss Napoleon I., unter Verwendung der Fundamente und aufgehender Teile des vorrevolutionären Baus einen Tempel à la Gloire, eine Ruhmeshalle für seine Soldaten, zu bauen. Der klassizistische Entwurf des Architekten Pierre-Alexandre Vignon für diese Ruhmeshalle ähnelt mit seinen 52 korinthischen Säulen einem antikrömischen Podiumstempel. Nach dem Russland-Feldzug 1812 rückte Napoleon allerdings von seinem Plan einer Ruhmeshalle ab und kehrte zum ursprünglichen Projekt einer Kirche. Zurück nach dem Fall Napoleons beschloss König Ludwig XVIII. das Gebäude als Kirche zum Andenken an Ludwig XVI. und Marie Antoinette fertigstellen zu lassen. Abgeschlossen wurden die Bauarbeiten unter Louis-Philippe von dem Architekten Jean-Jacques-Marie-Huvel im Jahre 1842. Am 9. Oktober 1845 wurde das Gebäude als Pfarrkirche geweiht. Architektur Die Baugestalt der Madeleenkirche ist für ein christliches Gotteshaus sehr ungewöhnlich. Dies erklärt sich aus der langen Baugeschichte mit dem Wechsel der Nutzungsabsichten. Während der Außenbau sich am Modell des römischen Tempels orientiert, ist das Innere mit seinen drei aufeinanderfolgenden Kuppeln den Haupträumum römischer Thermen nachgebildet. Die Innenausstattung der Kirche entstammt vorwiegend in Jahren 1830 bis 1840. Als besonders sehenswert gilt die Statue der Maria Magdalene von Carlo. Marochetti In der Kirche fanden die Totenmessen unter anderem für Frédéric Schaupé, Jacques Offenbach, Charles Gounod, Camille Sertzins, Gabriel Fauré, Coco Chanel, Josefine Baica, Marlene Dietrich und Charles Trenetstadt. La Madeleine bildet den nördlichen Abschluss einer städtebaulich bedeutenden Achse, die die Kirche über Ero-Eroial, Den Place de la Concorde und Pont de la Concorde mit dem Palais Bourbon verbindet Orgel. Die Orgel von La Madeleine stammt von Aristide Cavalier-Coul und wurde 1846 vollendet. Der Prospekt ist im Stile der italienischen Renaissance gestaltet. Nach mehreren Umbauten hat sie seit 2003 58 Register auf 4 Manua-In- und Pedal bei folgender Disposition. Koppeln Koppelments Post-Go-Re-C Go-Bom-Go-Re-C Post-Re-C Bom-Bom-Pos-Re-C Go-On-4 Bom-Go-On-16 Re-C-On-4 Re-C-On-16 Suppression-Re-C-On-8 Tirasses Go-Pos-Re-C Bom-Tirasses-On-4 Go-Pos-Bom-Re-C Spielhilfen Appell an Chesco Post-Bom-Re-C P.E.D. Touti-Pliens-Jeu Touti-General Crescendo des Jeux Kombinateur 15 Pro 16 Kombinaisons Die Titularorganisten an der Madeleine waren 1842 bis 1846 Charles-Alexandre Fassi 1847 bis 1858 Louis-Leuphie-Bourvey 1858 bis 1877 Camille Sertzins 1877 bis 1896 Theodor Dubois 1896 bis 1905 Gabriel Fauré 1905 bis 1934 Henry Dalier 1935 bis 1962 Édouard Mignon 1962 bis 1968 Jeanne des Messieurs 1969 bis 1979 Odile Pierre Seit 1979 François-Henri Hubert Zu den Besuchern während der Zeit Sertzins gehörten Franz List und Robert Schumann Zu den Vertretungsorganisten gehörten Charles-Marie Vidor, Eugene Gickhout und Nadja Boulanger 2089 bis 1937 sinning 20 productivity 221 bis Pfenn